Er ist so süß, Nendor. Er ist so ein Mini, wa? Ja, sie meinte auch. Er ist fast ein Kilo leichter als Imani, als Imani auf die Welt gekommen ist. Also ist er Mini-Mini? Mini-Mini. Imani, alles okay? Wohin rennst du? Komm her! Wo bist du hingerannt? Hä, Imani? Wo ist ein Imani? Hat jemand Imani gesehen? Hast du Imani gesehen? Mann, wo ist Imani? Verschwunden? Hm, Leute, könnt ihr Imani sehen? Imani, mach mal! Piep! Piep! Hä? Mach mal! Pickelabobo! Ja, Bobo! Pups mal! Da ist Imani! Imani, was sagst du dazu, dass dein Bruder endlich da ist? Ich freue mich! Du freust dich? Ja! Okay, ich habe eine Frage. Was? Hat Nidal Zähne? Nein! Kann Nidal laufen wie Imani? Nein! Kann Nidal springen wie Imani? Nein! Ich! Nur du kannst springen? Ja! Also heißt das, dass Nidal auch nicht mitkommen kann, wenn du und ich jetzt ins Aquarium gehen? Nidal ist schön und gut, ich liebe ihn auch. Aber meine Prinzessin ist Imani. Und du? Ich bleibe hier! Hallo Mama! Wollen wir nicht auf Mama warten? Mama kommt auch nicht mit! Warum? Die bleibt zu Hause mit Bibi Nidal. Wir haben auch genug zu essen für dich mit. Eine Orange und eine Banane. Und ein paar Nüsse. Aber nur du darfst sie essen, ich nicht. Warum? Weil ich faste. Heute ist doch Ramadan. Ramadan? Ja, das heißt, ich darf nichts essen und nichts trinken. Bis die Sonne untergeht. Leute, wir sind angekommen. Wir sind da, wir sind da. Gleich geht es los. Gleich geht es los. Jetzt geht es los. Jetzt geht es los. Bist du bereit? Ja! Let's go! Imani, wir müssen uns beeilen. Gib mir deine Hand. Tiki Taki 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 Taki. Bravo! Sehr gut gemacht. Baba, da ist auch! Das sind aber kleine Fische, oder? Ja. Meinst du, wir finden größere? Oh, Baba! Die Fische sind schon ein bisschen größer, oder? Das sind die große. Oh, das sind große Fische. Ja! Ich meine, wie geht's? Ich denke, du dich. Was? Was ist das? Eine Kerze. Eine Kerze? Für wen? Ja, Mama. Dankeschön, aber was soll ich damit machen? Happy Birthday to you. Happy Birthday to you? Haben wir ein Feuerzeug? Merdi, das ist keine normale Kerze. Das ist Deko. Deko. Deko? Imani, kannst du das Licht da hinten ausmachen? Kann nicht. Hier oben kann man sie nicht ausmachen. Man muss den Knopf drücken. Hier ist der Knopf. Ich habe dir gesagt, du sollst die Lampe ausmachen, nicht an. Ich mache sie wieder aus. Wo geht sie? Ja, warum geht sie? Was hat sie schon wieder im Kopf? Alles okay? Imani, komm mal her, komm mal her. Ich habe eine Überraschung für dich. Komm her, ich sage es dir. Was? Wer ist deine Lieblingsprinzessin? Ich meine, ich habe eine Überraschung. Was denn hat sie eine Überraschung? Ich meine, ich gehe jetzt im Spiegel gucken. Wir sind auf dem Spielplatz. Ich schaffe das nicht. Ich meine, du musst jetzt was lernen, okay? Sag niemals in deinem Leben, ich schaffe das nicht. Du musst immer sagen, ich schaffe das. Ich schaffe das. Genau. Geh weiter. Weiter. Immer, immer weiter. Sag das niemals. Ich meine, doch. Du schaffst das. Ich will, dass du immer sagst, ich schaffe alles. Ich schaffe alles. Ja, alles. Ich schaffe alles. Ja. Ja. Kletter hoch, kletter hoch. Warte, Imani, ich komme auch. Oh, das ist sehr eng hier. Warte, ich schaffe alles. Warte, Imani, warte auf mich. Luisa, Luisa, alles klar? Here we go. Imani, warte auf mich. Warum gehst du ohne mich? Warte, ich habe eine große Rutsche. Du hast eine große Rutsche, wo ich oder du ich. Warte, warte. Imani. Ey, diese Verräterin. Sie rutscht einfach ohne mich. Ich habe dir verdruht, Digga. Ich habe dir verdruht, Digga. Leute, wir gehen ins Hotel. Kommst du mit ins Hotel? Ja. Ich will auch ins Hotel kommen. Du willst auch ins Hotel kommen? Ja. Wollen wir da schlafen? Ja. Da gibt es Treppen. Da gibt es Treppen, ja. Das stimmt. Wir waren einmal da. Kannst du dich erinnern? Dann kommt, lass uns losgehen. Ich will. Go. Mila, was machst du da? Akinator. Was ist Akinator? Akinator ist so, du denkst an einen Superstar und er stellt dir Fragen. Und wer ist ein Superstar jetzt? Wen suchst du? Luisa. Hat deine Figur einen berühmten Ehemann? Ja. Hat sie einen berühmten Ehemann? Ja. Ich bin noch nicht berühmt? Doch. Nein, Mann, ich bin nicht berühmt. Michael Jackson ist berühmt, nicht ich. Lebt deine Figur in Berlin? Ja, die Figur lebt in Berlin. Hat deine Figur ein Haustier? Hat die Figur ein Haustier? Nein. Hat deine Figur eine Tochter? Ich glaube, sie hat eine Tochter, ja. Luisa! Luisa, du bist ein Star! Luisa, kommst du mit ins Hotel? Natürlich doch. Was hast du auf dem Kopf? What's going on here? Eine Spange von Imani. Die ist aber cool. Ich komme auch ins Hotel. Du kommst auch ins Hotel? Ja! Komm! Ey, wir sind in einem Hotel. Nidal weint, Nidal weint. Ey, was ist los? Luisa, warum weint er? Ich glaube, er hat Hunger. Bringt ihn ein Döner! Bringt ihn ein Döner! Miri, ein Döner! Was soll ich jetzt Döner holen? Wir haben keinen Döner, was sollen wir ihm geben? Thunfisch! Kein Fisch! Es gibt keinen Döner, es gibt nur Thunfisch. Er ist doch kein Thunfisch. Das ist natürlich Spaß, Leute. Babys trinken nur Milch. Leute, das ist unser Lieblingshotel. Hier gibt es zwei Etagen. Einmal hier unten und einmal da oben. Hier unten schlafen Luisa und Imani. Oben schlafe ich und Mila. Ey, Leute, es reicht jetzt. Ab ins Bett! Nein! Was, nein? No! Komm her, komm her! Komm her! Ab ins Bett, Imani! Mila, sag Imani, dass ich schlafen muss. Imani, geh sofort schlafen. No! Sofort! No! Luisa, wie geht es dir ein paar Tage nach der Geburt? Mach dir keine Sorgen um mich. Ich bin wieder fit. Ey, du, was machst du hier? Was ist das? Eine Knete. Eine Knete? Darf ich mit dir kneten? Ja. Was sollen wir queten? Eine Ente. Ich knete jetzt eine grüne Ente für dich. Grüne? Grün mit lila Augen. Das ist der Kopf. Was ist das? Popo. Popo? Das ist unsere Ente! Zeigt mal den Leuten die Ente. Hier ist unsere Ente, Leute. Hier ist unsere Ente, Leute. Und wie wollen wir sie nennen? Miyamayo. Die Ente heißt Miyamayo. Ich habe gehört, du hast einen Wunsch. Was ist dein Wunsch? Ich will ein neues Handy. Ich will auch ein Handy. Du willst auch ein Handy? Ja. Ein Mini-Handy. Was willst du denn für ein Handy? Ein von 13. Ein von 13. Ja. Wie alt bist du jetzt? Fast 10. Fast 10? Okay, dann warte noch 5 Jahre, dann bekommst du auch ein Handy. Gib mir einen guten Grund, warum ich dir ein Handy holen soll. Weil ich hab mal eins in Mathe. Du hast eine Einzelmathe? Ja. Okay, dann stell ich dir jetzt eine Aufgabe. Wenn du die richtig beantwortest, kaufe ich dir morgen ein Handy. Okay. Und wir haben auch ein Handy drauf. Die Aufgabe ist 117 mal 117. Warte, 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 warte. Kommt mit, ich zeig euch, wie man schriftlich multipliziert. Multipliziert, dann multiplizier mal. 117 mal 117. 7 mal 7 ist 45. Ich habe 9, merke 4. 7 mal 11 ist 7. Ja. Plus 4 sind. Ich habe 1, merke 1. Solange Mila rechnet, das ist das Ergebnis. Nur damit ihr Bescheid wisst. Mila, lass dir die Zeit, sind nur 8 Minuten vergangen bis jetzt. 3059? Wie viel? 3059. Richtig! Ja! Ich habe doch gesagt, ich bin die beste in Mathe. Emani, wenn du diese Matheaufgabe löst, bekommst du auch ein Handy. Pass auf, 1 plus 1. Nein. Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Mila bekommt jetzt ein Handy. Ja, ich freue mich. Erst bekommt Mila ein Handy und dann habe ich noch eine Überraschung für Emani. Sie bekommt auch ein Handy. Wo gehen wir Handy kaufen? Bei Äpfel. Ey, ich kann gar nicht Äpfel sagen. Ich war vorhin beim Zahnarzt und ich habe eine Betäubung bekommen. Jetzt kann ich nicht mehr Äpfel sagen. Äpfel. 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 Äpfel, Äpfel, Äpfel. Äpfel, ey, ich kann nicht Äpfel sagen. Äpfel. 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 Das ist es, das ist es, das ist es, das ist es, was du willst, oder? Andere Farbe aber. Warum brauchst du überhaupt ein Handy? Einfach so. Handy gucken, Handy spielen, Subway Surfer. Kennst du keinen Subway Surfer? Du willst ein iPhone 13, um Subway Surfer zu spielen? Nein, um auch YouTube zu gucken. Oder auch andere Sachen. Wir wollen ein Handy für Mila. iPhone 13, rosa. Okay. Was kostet das? 729. 729? Ja. Wir wollen kein Handy mehr für Mila. Mila, wir gehen nach Hause, komm. Spaß, wir wollen das. Und in rosa. Ja. Leute, ich bin so aufgeregt. Das ist mein Handy. Okay, Leute, Mila hat ihr Handy bekommen. Jetzt ist Imani dran. Wenn wir nicht gestorben sind, gehen wir noch weiter eingeschlafen.